Da sie mal wieder in einer neuen Folge. Ja, wir sind schon mal live hier auf Sendung. Super! Ja, wir haben gerade ein paar Connection-Problem. Connection-Problem? Jo. Ich warte auf dich. Excalibur möchte sein Schwert nicht aus dem Stein ziehen. Äh, nein, ich mein's. Excalibur will nicht aus dem Stein gezogen werden. Ich teste jetzt hier einfach mal noch ein bisschen. Äh, irgendwie Moves oder so. Jetzt haben wir einen Atempart, ne? Ja. Ah, da bist du ja. Da bist du ja. Da bin ich. Okay, dann mal go. Ich höre hier die Britzelfieche, hörst du sie? Mit den Kettensägen. Oha geil. Das sind wieder die. Das ist so geil abwechselndreich eigentlich. Das ist so geil abwechselndreich eigentlich. Den, den... Ja, wir müssen jetzt halt Captain Vladimir oder so. Nein, V4 oder so killen. Captain Vladimir? Ich bin der Master von diesem Besuch und das möchte ich nicht sehen. So klingst du auch, Marco, wenn du getrunken hast. Jetzt weiß ich schon. Oh fuck, die schießen ja jetzt wieder zurück. Voll ungewohnt. Guck, ich hab ihn abgeschickt. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, hier Dings zu gucken. Was hast du geguckt? Äh... Äh, ne, äh, äh, irgendwie Motze oder so. Nach der letzten Missy. Ah, ich hab geguckt, aber er hatte nix. Ich hab da irgend so'n Nebel bekommen oder so. Aber ich glaub, der war für ne... für ne andere Rüstung. Oh, das ist cool. Oh, ich schwör. Ich glaub, man kriegt vielleicht irgendwelche Boni, oder? Wenn man das vielleicht so schafft. Äh, nicht entdeckt werden. Ja, da gibt's ja so, so, so Schutzviecher, die sogar, äh, so für Stealth sind und so. Keine Ahnung, ganz komisch. Kann ja Missionen eh öfter spielen, aber... Credits, ich hab Credits gekriegt. Was sind das für Credits? Sind das jetzt Erfahrungen, oder? Das ist das Money, glaub ich. Das Richtige. Also kann's quasi sein, dass man Glück hat und ein bisschen Geld normales findet. Achso, ne, das kriegst du auch für die Missionen und so. Es gibt ja zwei Geldwährungen, es gibt die... Ja genau, ich mein, die, die Geld Geld ist, die kriegt man ja teilweise da auch, oder wie? Äh, das weiß ich nicht. Was hast du denn bekommen? Der Credits stand da. Ah, es... Gibt's ja eigentlich so Inventory irgendwie, oder so? Ne. Doch, gibt's, ähm... Auf Kuh. Glaub ich ist das. Achso, ne, ich meinst du so, Statistiken auch und so. Also man muss schon echt sagen, das Spiel ist richtig geil, weil man kann ballern, man kann schnetzeln, man kann... rumspringen wie ein Tomb Raider und... äh... BWOW! 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 Oh Gott! Öffnen. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Let's go. Nachladen. Ok, ok. Ok, ok. Da ist ja einer. Warte, den knock ich um, den knock ich um, den knock ich um. Oh. Da... Ich hab ihm mal den umlocken. Oh, die sind eklig. Das ist eklig. Ja, die, die mit den Ketten singen. Die Digger machen so viel Schaden im Nahkommen, wenn sie hier rankommen. Äh... Oh, ich muss einfach. Nix. Ich hab sie schon, fertig. Aber irgendwo ist doch noch einer. Ich werd ihn die ganze Zeit... Ich mach mehr Schaden. Er ist weggeflogen. Äh... 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 Ich muss hacken. Daher muss ich was hacken. Ich hab gehackt. Nicht schlecht. Hackst du weiter? Hab ich auch gehackt. 50 Haken hab ich bekommen. Ah, da sind die wieder. Der ist wie die wieder? Mit dem Schild. Achso, geil. Die Spezialeinheit der Ninjas... Oh ja, man. Bam, 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 bam. Das ist geil. Ah, das ist ein geiles Spiel. Ah, das ist ein geiles Spiel. Oh, Dings. Ah, okay. Rohstoffe. Ich brauch meine Schockattacke für diese Geräte da und so. Die ist doch richtig geil. Für der Gerät? Für der Gerät. Da kann ich alles schocken. Oh, da ist ja einer. Boah, hat der viel gedroppt. Ich muss jetzt auch wieder ein bisschen öfters schnetzeln. Ich muss meine, meine Schwetter... gillen. Oh, fuck. Oh, fuck. Bleib auf dem Boden, du Drecksack. Okay. 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 Ich brauch mal mehr Lein irgendwie. Wie viel Leif hast du denn, Lukas? Aber vielleicht kassierst du, wenn ich ja schaue, weil ich habe das Gefühl, ich fahre ganz schnell, Ich hab... Oh. Oh, yeah. Da ist Captain vor. Kein Wunder, ist das so komisch. Oh, Alter. Der hat einen Leuchtestab. What the fuck? Wo ist er? Wo ist er? Alter, jetzt geht's los. Er ist die Kleine, oder? Ja, Mann. Oh. Schieß mir auf den Kopf. Ich hab ihn gestand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott Oh Gott kommt da viel, alter Schwede Shotgun irgendwelchen Schmarrn hab ich gekriegt Ähm, ich bräuchte live, da kommt nämlich scheiße viel Das sind weggewitzt Oh mehr Oh fuck, ich bin dort Oh Gott, wo bist du da? Äh, hier, hier ist noch einer bei mir Na zwei Nachland, nachland Krabzi, krabzi Schnell, schnell Läuf Ich hab echt das Gefühl du hältst mehr aus im Nahkampf Dass dich so ein Stoff hier übernimmt, wie Ich hab jetzt noch so ne komische Mage Klasse Ich kassier da so hart teilweise Das kann, das könnte vielleicht sein Also von den, von den Britzlern mit diesen Äh, Säbeln da Äh, von den mit diesen Ketten sehen Ich hab den einfach nur genommen, weil er cool aussah Und für die mal dann so andere Anzüge ausprobieren Die Special Dinger da Ah, hier Oh, schon wieder hacken Oh, war das schwer Oh, oh, oh Ja, da muss man sagen, die sind ein bisschen Also, ich weiß nicht, gab's da verschiedene Oder ist das immer so ein Dings zum Das sind immer so drehen Aber manchmal sind sie mit mehr Und ganz viele Vorne war eins, das war ein bisschen schwerer Aber, ja, das ist auch nicht wirklich Ja Voll Also, schwer In Anführungszeichen Es ist halt Hoffentlich nicht Also wird's nicht so, dass die so richtig Immer dasselbe sind Und dann fängt es an zu langweilen, weißt Ja, ja, es geht ja recht schnell Oder so Könntest du Achievements einbauen Und so ganz, ganz schnell hackt Oder so Ja, stimmt Das können wir immer machen Immer noch voll die hektische Musik Was ist hier los? Hektische Musik? Was ist hier nicht? Ich glaub der Finishing Move ist nur Einmal klicken, gell? Ganz kurz Weiß ich nicht Das ist dein Weg. auf das Ding hier geklettert bin, aus Versehen und von oben so ein Schwertchen... Warte, da hat mich einer weggerammt, ey. Bleib einfach durch, dein Ding ist durch. Das war grad voll der Wrestling-Move. Ich hab ihn so umgenockt, er fällt auf den Boden, hab ich auf diesen Kasten aus Versehen geklettert, hab von oben so'n Schwertstoß gemacht. Ah! Ich hab daneben gekickt. Schnieb, schnapp, Pimmel ab. Schnieb, schnapp, Eier ab. Ich will neue Schwerter, ich will Double-Schwerter. Wir haben schon gesehen, es gibt Exter und Streithammer, Dinger, äh, Hämmer. Hammer. Streithammer, Alter. Hammer, Hammer, Hammer. Die sind ernst gefährlich für mich. Für mich nicht so. Für mich, die brauchen einen, ja, die sterben durch einen Hit. Aber, wenn sie mich erwischen mit dem Ding, bin ich tot, ey ich. So schlimm ist es bei mir nicht. Ja, dadurch ist es durch den Tunnel. Äh, Junge! So. Dun, 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 dun. Da sind die. Das ist halt so krass, wie dieser aufgeladene Schlag, wenn man so viel schaden hat. Ah, fuck, ich habe verfehlt. Der ist halt echt bitter bei dir, bei meinen Dingen. ich laufe dahin ich habe ihn doch so mehr mehr loot bekommen bei kisten als mod muss nur hin spritten sogar sich glaubst du hin aufladen und dann ich brauche echt meinen schockimpuls ding das ist voll witzig wie ich so einen schlag brauche egal auf was ich zudrinnen ich glaube ich habe schon alles umgebracht das ist wieder ein pult das mache ich mal kurz oh das ist aber mit so drei dinge nur eine linie irgendwas schießt mich die ganze an da gibt es sogar es kann sein dass es später schwerer wird weil da ist doch unten immer so eine anzeige von wegen du kannst irgendwas einsetzen damit das hier hackt wird oder so schon gesehen ach so ja dass man schneller hackt ja oder sowas ja oder das mal länger zeit hat wie auch immer wahrscheinlich aber man braucht sie nicht wirklich also zumindest zeit nicht aber den dinge 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 warte rontos geht nein okay 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 die haben rüstung immer aber schau zum beispiel ich wenn ich dahin gehe das aufgeladen das ding aber normal statt normal mache ich nur acht schaden schwert macht er gleich bei uns ja genau aufladen ist halt immer das problem nur dass sie dich kicken können sondern aber du kannst immer hinlaufen oder macht das immer so laufen und dann bin ich dann vorbei gerannt ich schieße über den kopf das war klar was war das wie du so hin rennst alle so tot umfallen bevor du ankommst hab ich sie dir geklaut oh ich muss das tun boooom oh fuck oh fuck oh gott hier gehts ja vorunter ja ja oh what the fuck ich lieg aufm boden was hier passiert oh fuck oh adam da sind viele oh fuck da sind viele mann naja was denn hier los hier sind arsch viele mann ich muss grad mein oh oh fuck 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 oooooh ok bin wieder da habsche habsche alles unter kontrolle das macht spaß ich hole mir gleich wieder das 15 prozent mehr krit schaden oder so ich kann sie immer so weg holen äh wo müssen wir dann lang hier lang irgendwo der fön ach da oben das ist doch abwechslungsreicher als ich dachte von den leveln hier das ist auch richtig geil du bist schön weggerannt ja ich bin in die rechte wow geil was ich bin so geflogen und hab's in der luft geschafft mich an dem ding hier fest zu krallen und hochzuziehen das geht auch anscheinend what the fuck hab ich jetzt gemacht siehst du hast du es gesehen adam ja ich hab irgendwie nen salto gemacht aber ich weiß nicht wie ich check das immer noch nicht ganz schnäßel ich check es nicht wo ist vladimir weiß ich nicht ah da ist es vorbei adam sehe ich doch ja ja er ist immer so 15 bis 20 minuten gleich ausgelegt buuuu das muss das sein ja ich liebe die dinger nichts cooleres äh ok hat er was geiles gedruckt ne dann gehen wir dann packen wir's uah 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 uah